Herr Lipko, wie hat denn die Aktie von Sony heute reagiert? Was hat sie denn aus dieser Meldung gemacht? Guten Morgen, Herr Groß. Die Sony-Aktie hat dann auch verloren und zwar fast 5%. Man muss hier bedenken, dass natürlich sehr, sehr viel Spekulation bei der Sony-Aktie entstanden ist, als eben diese Strategie aufkam, dass man sich eben von der Entertainment-Sparte lösen soll, dass man hier ein IPO verfieren wollte, dass man mindestens 20% der IPO-Entertainment-Sparte von Sony sozusagen per IPO an die Börse bringen wollte. Das hätte den Kurs Gute getan, dem Unternehmen insgesamt vielleicht nicht unbedingt, weil Sony ja als sich insgesamt ja doch eher ein Entertainment-Konzern ist und dann eben in den letzten Jahren ja auch von der Konsumflaute stark getroffen worden ist. Also hier war es dann doch mehr oder weniger eher ein Geschenk an den Aktionäre, wenn es denn so gewesen wäre, aber für die unternehmensstrategische Ausrichtung wäre es weniger sinnvoll gewesen. Der Nikkei kam ja heute nicht so richtig in Fahrt. Was waren die Gründe? Naja, zumindest in der ersten Handelssitzung sah es hier doch relativ mau aus. Hier war dann doch die Einflüsse von dem US-Handel relativ stark zu spüren und auch die morgige Bank-of-Japan-Sitzung hat dann nur die ersten Spuren unterlassen. Dann aber wurde es in der zweiten Handelssitzung ganz interessant. Da kamen nämlich dann die Frühindikatoren und jetzt kommt eigentlich auch mal in Höher und Staune eine merkwürdige Reaktion. Und die kamen schwächer rein als erwartet. Der Nikkei schoss daraufhin ins Plus. Was war geschehen? Die Spekulation eben, dass morgen auf der Bank-of-Japan-Sitzung nicht allzu viel passieren wird, verblasste. Man hat hier wieder doch ein bisschen mehr Hoffnung, dass eben jetzt die Bank-of-Japan wieder was unternehmen muss, weil eben die Konjunktur in Japan sich etwas abschwächt. Das heißt, man spekulierte darauf oder spekulierte darauf, dass eben morgen doch eventuell Maßnahmen bekannt gegeben werden, um der japanischen Konjunktur zu helfen. Die Folge war ein schwächerer Yen und ergo ein starker Nikkei. Die Autobauer mussten abgeben. Hängt das auch mit den Währungseffekten zusammen? Genau. Die Autobauer klassischer Exportwert. Hier kann man sagen, natürlich die Verlierer von starken Yen. Das haben wir in den letzten Monaten immer wieder beobachten können. Als der Yen sich stark abschwächte, konnten die Aktien relativ stark zulegen. Und jetzt natürlich auch dieses ganze Spiel umgedreht. Das heißt, stärkt sich der Yen oder wertet er wieder auf? Sieht man das 1 zu 1 bei den Exportwerten und hier natürlich ganz klar auch bei den japanischen Automobilwerten. Man kann hier exemplarisch eine Toyota ansehen, die dann heute mit minus 1,4 Prozent aus dem Handel gegangen sind. China will seine Visa-Vorschriften verschärfen. Es soll nicht nur so leicht sein, über Hongkong einzureisen. Da sind etliche westliche Geschäftsleute mittlerweile fast schon gestrandet. Stichwort hier der rote Vorzeichen. Warum hat der Hang Seng Probleme? Ja, der Hang Seng hat natürlich Probleme, weil hier sicherlich mehrere Probleme sich momentan überlagern. Auf der einen Seite haben wir hier global gesehen die konjunkturelle Schwäche, die natürlich auch in China sich jetzt austocht bzw. auswirkt. Dann haben wir das Problem, dass der konjunkturelle Zyklus in China ein Stück weit verlagert ist. Das heißt, wir sind hier nicht gleich offen wie zum Beispiel in den USA und Europa, sondern eine Phase, einen Zyklus eher nachhinkend. Das heißt also, wenn die USA jetzt anfangen, hier schon wieder darüber nachzudenken, ihr Quantitative Easy-Programm zu verlangsamen, weil eben die Konjunktur ganz gut auf Trab ist, dann ist das in China noch lange nicht der Fall. Hier hat man eben doch sehr, sehr viele Probleme, eben zum Beispiel im mobilen Sektor mit den Spekulationsblasen, die dort entstanden sind. Wir haben hier die Shadow Banking, also das Schattenbankensystem, was immer wieder Probleme bereitet. Das heißt, die chinesische Konjunktur ist noch nicht so weit, dass man hier wirklich darüber nachdenken könnte. Aber momentan überlagert eben dieses Thema Notenbankgeld, das billige Notenbankgeld, doch relativ stark die konjunkturellen Themen, sodass dann hier eben der chinesische Markt doch erstmal davon getroffen werden sollte, wenn eben die US-Fed anfängt, Gelder aus dem Markt wieder zu ziehen. Andreas Lipko von Glüge und Hafner, die Märkte in Asien. Dankeschön. Ich bedanke mich auch und schönen Tag noch einen Gruß.